ich muss muss doch klingen aber ich kann auch drumherum reinigen wegen ja Final Fantasy 7 Original werde ich wahrscheinlich wieder sehr sehr viel Geschichte erzählen da hast du recht wenn es soweit ist so deine Rakete ist noch da zufrieden ja ok ok ah die Einfahrt ey geht ja mal gar nicht jetzt musst du eine Rakete aber dran glauben danke tschüss jetzt haben wir nur noch die Triebwerke von deiner Rakete ja 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 am clean it sickbay so fertig sickbay Hui. Okay. Cool. 56%. Nice. Ja, ja, man. Obwohl ich mir gerade nicht sicher bin. Konnte das voll werden bei Final Fantasy 7? Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie geschafft. Aber ja. Aber ich glaube, das wird auch dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich habe zu viele andere Games. Obwohl das natürlich auf der Liste steht. Sick, babe. Weil Teil 2 vom Remake kommt auch erst nächstes Winter nächstes Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe. Parkwäschter, grüß dich, Schmutzfinder. Wie nennt der mich? Schmutzfinder. Schmutz. Der hat meinen Browser-Verlauf gesehen. Was will der mir damit sagen? Du Schmutzfinder, du. Nee, Schmutzfinder. Die Storyline mit der Katze wird weitergeführt. Hier sind Totenabdrücke. Die Storyline. Mit der Katze. Okay. Vorsicht am Vulkan. Ja, okay. Vielleicht. Na also. Da sieht der Kabuff doch gleich besser aus hier. Halbwegs. Sick. Bö. 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 Funkeln sie demnächst mal vorbei. Ding. Ah. Komm. Scheiben reinigen. Yeah. Sieht gut aus. Außer das Dach natürlich. Okay. Ja, Mann. Hab ich auch gesagt, oder? So schmutzig. Ist unglaublich. So, von vorne sieht das doch fast schon wieder gut aus. Der Rest hinten interessiert bestimmt. La 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 la. Clean everything. Lol. Ah, 66% Seriously. Ah, der Schmutz, alter, der Schmutz. Sieht aus, als hätte es hier gebrannt. Hat das irgendwas mit dem Vulkan zu tun? Nein! Also, weiß ich nicht. Würde Sinn machen, ja? Das würde erklären, warum die Häuser dermaßen dreckig sind. Und der Vulkan wird auch öfter mal wieder erwähnt hier gerade. Es gibt eine Videospieltheorie darüber. Es ist nie bestätigt vom Game. Okay. Okay. Dass der Bürgermeister dann mit drin hängt und so. Und dass immer alles dreckig ist. Und dass wir jetzt hier fett Cash verdienen. Ja, ich meine, macht Sinn. Sick! Hey! 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 Komm, stell die Scheiße da ab. Ah! Sickly. Fuck. Ja, okay. Warum wird der Schornstein denn gar nicht sauber? Was ist los mit dem? Hopp. Ah, jetzt. Hä, lol. Okay. Ah, ist das awesome. Fuck you. What? Why? No! Ich musste da hoch. Ja, toll. Lol, lol. Ja, es stimmt. Es wurde als einziges in der Nachbarschaft dreckig gemacht. Wir hatten vorhin schon mal so ein ranziges Ding. fail. No. Leider hingestellt. Vorbeigerannt. Noise. Oh, ist das ranzellig. Es ist so widerlich auf diesem Dach. Aber der Spielplatz war schlimmer, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Und da gab es mehr Verwinkel zu Ort. Ja. Du hast alles, ja. Clean it, clean it, clean, clean, clean. Hey. Na, sollte das Ding nicht langsam mal sauber werden? So. Nein. Okay. Dann eben nicht. Na. Na. Yeah. Oh Mann. Meinst du das? Ja gut, kann man natürlich machen. Ich meine, wir verdienen ja hier auch nichts. Das ist auch so ein Ding. Wir reinigen das ganze Haus für 650 Dollar. Das ist doch ein Witz. Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich habe mir die gruseligen Symbole angesehen, die du an der Seite des Hauses gefunden hast, an dem du arbeitest. Punkt, Punkt, Punkt. Schön für dich. Sie haben sich als einfache Baudiagramme entpuppt. Die dem Klempner sagen, wo der Durchlass für das Rohr angebracht werden soll. LOL. Das ist kein Horrorhaus. Ja, genau. Smack Danny. Cleaning shit Das macht Spaß, AF. Wah, what the fuck. Es wird niemals clean sein. Niemals. Boah, ist da drüben wegen schon alles sauber, natürlich nicht. Okay, ah, what the fuck. So, nur aber. Ding. Das ist aber nicht ordentlich gearbeitet. Ich bin irgendwie vom Haus gefallen. Abmahnung. Danke. Nee, geh Corona. Ist du Corona? Ich hab nur genießt. The fuck? Corona. Ja, direkt. Was? Sinn? Ah, nee, da stand Penis. Da war was. Steht nur noch Sinn, okay? Okay. Nein. See, fliegen. Sie klauen unsere Jobs. Yeah. Ding. Wo kann ich denn so eine Schutzfolie für mein Haus kaufen? Eine Schutzfolie? Ich weiß nicht. Lydia Markt. Ja. Natürlich. Wo sonst? Ding. Nice. Alter, ich komm nicht hoch, weil du da stehst. Hui. Ich glaube, wir brauchen nun leider Mami. Noch eine. Aber wir haben nur eine. Ja, aber macht ja nichts. Kann sie ja mit hier hoch nehmen. Ja, mach. Aber jetzt kann ich sie nirgends mehr anstellen. Super. Und dann spring halt. Süß. Hallo? Abstellen? Ah, jetzt. Okay, cool. Cool. Ja, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020